To the place, I belong, oh nice, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, country roads, take me home. Ich hab grad versucht auf Twitch einen Stream zu machen, aber weil das Internet dann so abgesperrt hat, mach ich's einfach als YouTube-Video. Und ich mach euch, vielleicht mach ich's auch als Zeitraffer, äh, natürlich als Zeitraffer, damit ihr mir 5 Stunden lang zuschaut. Nein, ich mach's in vielleicht 1,5-fachen Geschwindigkeit oder so, Piper. Auf Rang, entweder lass ich's bei 10 oder bis 15 bringen. Genau, viel Spaß. Tschuuu! Klar, warte jetzt einfach nur so vor mich hin, solange ich Bock hab, weil es würde ja alles verschneller. Oh ja, der wird jetzt gestoppt, to the place, lauf, mortis, perfect. Ivy Land, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roars, country sauce, take me home, to the place. So, ich kenne gleich die, aber das war ein bisschen unnütig. Ivy Land, West Virginia, Mountain Mama, all den brennen, Worte, was tust du? Gut, take me home, country road, ich kenne mich den Fein, Polis, mutig entgegen und sterbe. Take me home, run to the place, run, hu, knapp. Hey, du hast geschafft. Ebims, eins ultra, spider, oder Daniel, erahnt Daryl, Daddy, einmal Tima, Gebe, Crazy 007, Frosty, JXST, Leo, Ares, Oh, um, um, kenn ich nicht. 12, Ben, JXST, unterstrich, Leon, unterstrich, Dieter, unterstrich. Padded Brawl war das absolut witzig. Ob ihr es glaubt oder nicht? Auf der Map ist sie sogar tatsächlich nützlich, weil man hier zwischendrin diesen fetten, leeren Spot hat. Kann man einiges mit Teile machen. Believe me or not, the bus can't swim. Oh, das dürfte richtig fett getötet haben. Na komm, ruft ihr. Danke. Meine Mann sieht mich hier. Ja, ich geh ab. Nein, es geht. Das ist schon malig, wenn du davorstehst und dich mit einem Schuss niedermärmst. Das ist auch schon malig. Denkst du kommst also damit durch? Tschüss. Das ist jetzt nicht so von Intendent gezeugt. Und zack. Ja, ähm, jetzt müssen wir noch ein Tor schießen. Ich mein, Spike ist auch richtig geil für sowas. Muss man einfach mal anmerken. Richtig geil. Soll ich gerade drüberspringen? Das hat mir ein Piper, der hat zu wenig Leben. Das ist natürlich fürs Spielen, fürs Fußballspielen, also Ballballspielen an sich. Natürlich. Nein, er hat schon gesprungen. Ja. Ah, Idiot. Ha. Entschuldigung. Na. Ja, okay. Ja. Ist Primo natürlich besser, weil du mit ihm vorspringen kannst, im Nahkampf gut scharmen machst und auch viel Leben hast. Piper ist halt im Nahkampf absolut schlecht. So eine Armsk anar Ich nicht. rillat, so eine Armsk runway. Jetzt müssen wir uns beiein. 17 Sekunden, okay. 5, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6,-7,-8,-7,-8,-8,-7,-6,-5,-4,-3. Ja. Äh, nur, wir haben uns halt für ein zweites Gegentor. Egal, ich mach das noch mal. F attach. bis ich gewinne. Scheinlich level ich meine, also mach ich meine Palme einfach vom Hand komplett runter. Ey. Alter. Würde mich ja so ankotzen. Nice. Ah, Crow. Frank und Ita. Na komm. Oh, wo war's denn? Gibt's so Ängste? Nein! Soll ich jetzt meine Super-Auf-die-Ball-Verballer hatte? Ah, nicht, 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 nicht. Country, roll. Take me high. Ja, das war jetzt vielleicht nicht so outplayed. Ich weiß nicht, warum ich Torsten nicht mehr spiele. Irgendwann habe ich gerade noch nachkommen. Auch wenn die eigentlich super heiße Maschine ist. Nicht schlecht, ne? Muss man die lassen. Jetzt! Gibt die Chance, hau rein! Nice. That was great. Und da versuchen sie sich umgeregten. Und ich geh' durch. Ich hätte den mir zupassen sollen, dann hätte ich das machen können. Ich hätte den mir zupassen sollen, dann hätte ich mit meiner frisch aufgelandeten Super-Auf-die-Ball geschossen. Okay. Ja. Schnappt euch den Ball. Gut, das Unterfangen war bis jetzt nicht so. Es steht 1-0, wir müssen nur verteidigen. Und da ist der Ball nicht rein. 8 Sekunden. Ihr passt auf. Verkürzt. Nein. Und da ist hier auch schon noch ein 9. Wahrscheinlich mach ich auch gleich noch 3000 Ich will heute töten Töten Ist mich ein bisschen verdummiert? Eigentlich nur ein bisschen von einem very much verdummiert Mann, wenn zu dumm zu treffen ist Oh ja, Piper Oh ja, 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 du gehörst mir Mir, ganz allein Oh, tja Dann hat sich das ganze... Oh, ja Wenn der mich trifft, dann ist alles tot Denn, das wird hier noch nicht Puh, auch wenn ich grad ein bisschen schlecht bin Immer sind meine teammates gut Nein Hab ich die gar nicht getroffen hat Dann ist das ganz ernst Willkommen, heute ruhig Wolltest du nicht deine Prinzessin hinterher gehen? Und das könnte tatsächlich enden Gut, knapp Nein Das hätte uns vielleicht noch gewinnen lassen können Ja, na Damit schlägt wieder mal an mir das Wiesverkacken Fokus auf dem App auch stark Aber ich hab's vergehakt 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 Oh yeah Check it out Random Der Spot Lass uns platzen Lass du mich hin Ja 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 Egal wie du kommst hier nicht durch Und du fahr weiter Und du fahr weiter to-trappen Bei uns spawn-belagern Dann haben die den nachverfetzen Weil wir am Anfang alle immun sind Haha Jetzt können wir mal frei Ja, aber ich kann noch ein bisschen, ob sie in die richtige Richtung schossen wärst oder so. Nein, mal komm. Ich bin auch so dumm zum Laufen. Ja, eigentlich. Uh, das war knapp! Country Road, take me home to the place. I belong! West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Ah, das ist hier ein Pretty Well Outplay, was? Country Road, take me home to the place. Ja, das machen wir den Poco. West Virginia, mountain mama. Was? Hab ich da hinten noch erwischt? Take me home to the place. I belong! Idiot! West Virginia, mountain mama. Come, come wo ich näher. Take me home, country road. Ha, 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 ha. Hmm... Country roads. Take me home to the place. Not far as shit, I belong. West Virginia, mountain mama. Take me home to the place. Ja, das war doch mal saftig. Country roads. Take me home. To the place. I belong. West Virginia. Mountain mama. Take me home. Country roads. Tree roads. Take me home. Ah! Auch der ist echt scheiße. To the place. I belong. West Virginia. Mama. Take me home. Country roads. Ja, das ist nicht so easy. Country roads. Nein, das war doch sehr verstecken. Take me home. I have to say thank you. To the place. I belong. West Virginia. I will get to go home. Mountain mama. Take me home. Country roads. Country roads. Take me home. Ha ha. To the place. I belong. West Virginia. Mountain mama. Take me home. Country roads. Ich kann viel raus. Drei reden. Ich hab nicht mehr gesprungen, ich bin locker noch gesprungen. Ein Weg. Tja, ein Weg. Wow, sogar noch beide dadurch gekriegt. Das war mal richtig gut. Der Kräuter hat schon aufgegeben. Und schon sind's richtig. Ja, da kommt der erste, dann werde ich den Typ in die Lange. Richtig schön. 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 Und zack, 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 jetzt steht's im Film dran, muss man nur noch die gut wegmachen. Jetzt schnappt sie euch, gut, ha, das gewinnen wir noch. Na ja, wenn ich zu dumm bin, ist das Problem ist doch noch was. Was? Und das war jetzt echt bitter. Ich kann ihn so locker wegslappen, wenn ich mich durchgehend im Auto umballern habe. Mama, okay. Danke. Carry on, carry wow, cause it doesn't really snap. Ah, jetzt bin ich immer zu langsam, mit der sogar. Meine Beiber haben mich zu laut. Ah, woher ist Ritchie? Ich hätte wirklich viel davon vorspulen müssen. Was? 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 Das ist's Video,opes. Getschenken. Was? Wenn du dabei und du Affheckst ausしました könntest. Ich habe einen Job, der neuma. Und so ein werfen will? Es ist ein Kaffer, aber es ist ein Kaffer. Da war auch einer Aufgang. Und der gegeben ist auch durchgehend afk. Und? Nein, das ist nicht einfach richtig. Mein, das habe ich dann bestimmt nicht zu klaus. Das war dann zu. Fack, ich habe schon wieder voll verkackt. Ich glaube, ich nehme mal dafür. Okay, mach mal. Kommt heute noch mindestens. Ja, werde ich kurz lernen. Für die Abschlussprüfung. Uh, ganz ehrlich, habe ich voll Bock drauf. Also, ich meine so generelle Abschlussprüfung. Oh, da haben wir einen. Hä? Was ist denn cold? Ich dachte gerade, das wäre Bo. Oh. Das hat sich angefühlt. Komm ins Gewicht. Faktor. Oh. 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 Wie ist denn das Nach hommes? Nee danke. Ah, ja, das Bike wär noch cool, den hinzuhaben. Das hat der noch so... Boah, das ist ganz neun. Der nen Leon. Ja, hat der perfekt. Jetzt machen wir den rein, den Ibims 1 Ultra. Ich dachte mir viel zu... Let's go. Let's get it started. Ja, reingelaufen und alle gleich mal in die Hände. Perfekt, muss das sein. Oh, die bleibt schon mehr, was ich dachte. Vielleicht muss das, ich halt nicht frei. Nein, rauskommst du nicht mehr. Gut. Okay, rauskommst du dich. Located. Was? 23, 14? In der Zeit, wo ich nicht gestorben bin. Ich sitze mal an. Mann, die Aufnahme war zu lang. Ich hab ewig aufgenommen und dann so... So. Ne. Entschuldigung, aber es ist gar nicht frei. Ne. Ne. Ja. Woh. Dren. 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 Da hat der Paar mich geschockt. Okay. Krass, wie langweil ist denn das? Schlappt euch noch den Call, den könnt ihr noch kriegen. Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind und schuppen von den Augen geregnet, willst du meine Frau werden? Naar!